Tja, es ist eben dann doch nicht der Wornemonat Mai, sondern der April und der schickt uns gerne nochmal ordentlich kalte Luft. Und das gibt's genau jetzt heute. Gefühlte Höchstwerte von nur noch 0 Grad. Sicherlich nicht überall, aber in manchen Regionen. Und das hängt zusammen mit einem sehr kalten Nord- bis Nordostwind, der ganz Deutschland jetzt erfasst. Und das teilweise mit Stärke 5. Das wirkt sich dann natürlich auf die gefühlten Temperaturen aus. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Jetzt bleiben wir erstmal beim Wetter. Die Luft ist an sich relativ trocken, die uns erreicht. Dementsprechend haben wir verbreitet recht viel Sonnenschein. Aber von der Ostsee her, da ziehen dichtere Quellwolken herein und die bringen auch mal den einen oder anderen Schauer mit sich. Und das ist nicht immer nur Regen, das ist dann auch ab und an mal Schnee, wie wir das hier sehen. Und da kann es dann kurzzeitig auch mal etwas rutschig werden auf den Straßen. Also bitte Vorsicht. Im Süden, da gibt es deutlich mehr Niederschläge. Die halten sich vor allem dann hier südlich der Donau, auch Richtung Neckar, Oberrhein und Richtung Breisgau. Da ist es dann immer wieder ziemlich nass. Wolken sind ohnehin dicht. Zwischendurch kann es doch mal Blitz und Donner geben an den Alpen. Ansonsten je weiter wir Richtung Norden gucken, desto mehr Chancen auf Sonnenschein haben wir. Und gerade in diesem Bereich, da kriegen wir noch die höchsten Werte. Schauen wir uns auf der Deutschlandübersicht an. Also 17 Grad noch an der unteren Donau, wahrscheinlich auch Richtung Nürnberg. Und Frankfurt, also Rhein-Main-Gebiet. Da sieht es noch relativ frühlingshaft aus, was die Temperaturen angeht. Von Norden her kommt die kalte Luft. Da haben wir teilweise nicht mal mehr Zehen gehabt. Und genau an der Ostseeküste sind es gerade mal nur noch um die 6 Grad. Und zusammen mit dem Wind fühlt sich das dann deutlich kälter an. Das ist dieser Windschill-Faktor. Also die gefühlte Temperatur. Schauen wir mal hier, 5 Grad haben wir. Dann kommt der Wind dazu. Und bei ungefähr 30, 40 Kilometer pro Stunde, da haben wir dann den Gefrierpunkt erreicht. Das haben wir dann eben heute an der Ostseeküste. Und da hilft auch all der Sonnenschein nicht. Wir freuen uns natürlich trotzdem auf bis zu 12 Stunden Sonnenschein. Nur im Süden, da gehen wir leer aus. Polarluft heißt übrigens auch nachts wieder deutlich frostiger. In der kommenden Nacht teilweise im Binnenland minus 4 Grad. Und das hat wir dann noch gar nicht jeden Tag hereingenommen und nach dem Liedêmów Galord. Untertitelung des ZDF, 2020